ein neues game und zwar rum 404 los gehts mein son wurde murdered in front of my wife the police found them at an abandoned hotel downtown the police never found a murderer and it remains unknown to me the reason why someone would do something like that my wife's life was spared but after the incident happened she wasn't the same person she used to be anymore she shut down completely and never spoke to me again she basically gave up her life this is what happens when your son's life is taken away from you i guess i visited her at the hospital every day until the day she disappeared i looked for her everywhere with no success the only place i hadn't looked by then was the hotel so i decided to go back there and that's when i found out that hell does exist ich habe keine ahnung worum es geht 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 Alter, was ist denn hier los? Heftig. Alter, was ist denn hier? Alter, eins. Es ist Telefon, leider. ... ... ... ... ... ... Wo kam er denn jetzt her? Ach du Scheiße O, Prima, schön Oh, Sion, oh Sion. Boah, Alter, Alter. Das war alle zu, ey. Boah, Alter. 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 Boah. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Das wäre ja ein bisschen dumm älter, wenn es ein anderer noch hier gewesen wäre. Ah, schön, ich liebe so eine Scheiße. Ich liebe diese Spiele, besonders abends. Der macht die Tür nicht auf, Alter. Alter, ich schau doch alle Stücke an. Oh, nein, nein, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Nein. Oh, nein. Was ist das? Was ist das? jetzt oh mann Gott in game Na ja, machen wir auf jeden Fall ein bisschen Fahrt weiter, also haut rein, bis dann.